Fail... Wie soll ich denn da unten? Ach egal... Ich werd's schon irgendwie schaffen... Nicht... Tizen-Typ... Sie müssen mich doch entdecken... Ja, ja, seh du mich nur... Nicht... Haha... Immer schön vorbei... Dass mich keiner sieht... Wow... Wie er herschaut... Ne, ne, da geh ich nicht rein... Ich geh schön da hinten vorbei... Hm... Okay, schnell vorbei... Ja... Oh... Sehr, sehr nah... Bis da mal speichern... Ich speichere jetzt ziemlich gerne... Ist mir aufgefallen... Weil... Ist mir schon mal... Aufgefallen... Sterben... Wohoho... Ist nicht schön... Der... Du... Ja... Ich werde gesehen... Von irgendeinem... Ganz böse... Ich sag doch ganz böse... Von irgend... Und wem da hinten... Sehr gut... Was unbemerktes Vorgehen betrifft... Könnte mein Team noch einiges von Ihnen lernen... Die Basis... Liegt hinter dieser Brücke... Hinter der Brücke... Ja... Wie komme ich da hin? Ja... Schwimmen... Dürfte mich keiner sehen... Lassen Sie sich nicht in Cancel verwickeln... Ja, ja... Ach... Ein Auto oder was? Das Licht geht mal hier durch die Brücke... Naja... Egal... Passt schon... Ist ja nicht so schlimm... Scheiße... Aber die müssen mich doch sehen... Lassen Sie sich nicht in Cancel verwickeln... Ich muss doch da irgendwie vorbeikommen... Weil... Die schauen in meine Richtung... Achso... Könnte sehr, sehr schwer werden... Da komme ich nicht vorbei... Es muss nur hier... Äh... Es geht nur hier, meine ich... Naja... Vielleicht geht's ja mit... Ducken... Weiß nicht... Weiß nicht... Ähm... Ja... Statt ob ich mich da rein falle... Ist das ein Spielfehler? Äh... Hey... Hallo... Ich steh hier... Komisches Loch... Kann ich wohl nicht da rein... Und warum ist da so hell? Kann ich die kaputt machen? Verdammt... Verdammt... In Splinter Cell würde das jetzt gehen... Ja... Ich wurde gerade gesehen... Für einen kurzen Augenblick... Jetzt seh ich nichts mehr... Hat was... Hat was... Toll... Ich bin drin... Hier durch... Wo genau ist dieser Hurensohn? Keine Ahnung... Sie müssen die Gebäude durchsuchen... Aber... Bleiben sie unentdeckt... Das ist absolutes Sperrgebiet... Ähm... Moment... Wie soll ich an dem unentdeckt vorbeikommen? Geht das überhaupt? Also... Hier könnte ich doch hoch... Ich darf ihn ja nicht killen... Sonst werde ich entdeckt... Und dann muss ich ungefähr einen Meter hinter ihm vorbeischleichen... Und hier war er gerade... Oh... Moment... Nee, nee... Also ich darf nicht gesehen werden... Darf ich dann das auch nicht machen? Ich komm doch nicht anders an dem vorbei... Oh... Ich darf... Ja... Ist schwer zu unterscheiden... Ob man es jetzt darf oder nicht... Hm... Ich glaube hier entlang... Der soll auch sowas von in meine Richtung... An dem komm ich doch gar nicht anders vorbei... Ach... Jetzt... Jetzt... Ja... Der Bastard ist nicht hier... Ach... Die Hütten untersuchen... Alle... Also ich muss den jetzt auch ausschalten... Das geht doch gar nicht anders... Das geht doch gar nicht anders... Und hat funktioniert... Natürlich, ja... Was ich soll da hin... Komm... Wie soll ich denn da hin... Ach, da ist eine Tür... Hm... Die ist aber falsch... Gibt's hier noch eine Tür? Ja... Ja... Der ist eindeutig tot... Mit 10 Schüssen... Einmal die falschen Räume... Keine Spur von ihm... Versuchen Sie es mit dem Gebäude auf dem Hügel... Alles klar... Danke... Das letzte wird natürlich das Richtige dann sein... Wenn ich dann mal rüberkomme... Über diesen Zaun... Der hier um mich herum gewachsen ist... Ja... Ich muss wieder anders zurücklaufen anscheinend... Aber wir haben mal Zeit... Wie soll ich denn da hinkommen? Zaun... Ich kann überzeugend rüberspringen in dem Spiel... Ist... Ist komisch... Hm... Da stehen so ein paar Leute... Ich muss nochmal hier zurück... Es muss doch irgendwie einen Weg geben... Ist das der Richtige? Ne... Ist bloß so ein kleiner Raum... Ne... Ein Problem sind diese Zäune... Muss ich halt nochmal zurück... Akrobatik... Der müsste mehr auf Akrobatik getrimmt sein... Natürlich ist hier eine Leiter... Die ich vorher nicht gesehen habe... Ach... Leute... Sie dürfen auf keinen Fall auffliegen... Höhöhöhö... Wie einfach... Wirklich... Ganz... Was? Wo denn? Das sind die dahinten... Zurück... Zurück... Toll... Wie komme ich jetzt darüber? Soll ich da runter gehen? Okay... Ich bin runtergefallen... Aber es geht auch... Das sind die jours... Nein... Ihr könnt...